Aus diesem Spell, ich kann das Hauswerk kaufen. Okay, hier geht's the Doktor. Dua! Interesting. Battlestalk the Damned! Der Häutfei hier. Komm schon, Mann! Ah! Wo war denn der letzte Wegpo in, das ist glaube ich ein Stück weit zurück. Kannst du mir ein Portal stellen? Ja, warte schnell, ich muss ihn nur schnell umbringen vorher. Da ist auf jeden Fall einer drin. Okay. Uh. Jetzt habe ich einen Bogen gefunden. Leck, du Mührmarsch. Uff. Du hast einen Plan, wo hier das Portal rauskommt? Ah ja, da. Okay. Ah. Du drin? Ah. Also, ich habe einen Bogen gefunden. Der hat schon einen tollen Namen. Death Bow. Nein, der Bow der Tod. Und sobald ich jetzt einen Orb auf Alchemy habe, du hast nicht zufällig waren. Jetzt bin ich dabei. Werde ich den hernehmen und mich so upgraden, dass ich jetzt nur noch massig Damage mache. Und sobald ich einen Das war alles für'n Floh. Hier drin wird's immer dunkler. Das stimmt, ja. Wow! Oh wow wow wow. Ich stell mich lieber irgendwo auf. Feuerschaden drauf, Feuerschaden. Ja? Okay. Macht mehr Damage. Juhu! Hey, Death Bow in Gelb! Wow wow wow! Oh, jetzt geht's los. Oh ja, jetzt, jetzt rennen wir, jetzt können wir rennen. Dieser was? 30-71 Schaden plus 7-17 Eisschaden. Nice. Uuuuh, Faden! Das ist, das ist eine Rüstung für die gewesen. Nein, die hat zu viele Decks. Die hat, die hat mehr Ausweichen als Schild. Now we are talking. We are talking. Jetzt muss ich mir bloß noch irgendwas machen, damit ich... mehr Slots krieg. Weißt schon. Äh, ja. Na, sowas könnte ich haben. Dabei? Nee. Na eben. Liegt in meinem Stash! Im Stash hab ich's auch. Was hat denn meiner Leech das, der Bogen? Chaos Orb. Schon wieder einer! Oh Gott! Auch erst das andere jetzt haben. Weil die sind... Blau. ... Ach ja, die gute alte Spartaner Taktik. Was, bei der Tür stellen und alle durchlocken? Ja, durch den Engpass locken, ja. Ja. Ich brauche mehr Mana. Der hat's gleich. Ist er tot? Er ist tot. Schön. Du droppst ganz schön viel Gold, die es jetzt hat. So schön. Natürlich. Okay, der Raum ist an sich leer. Hier geht's weiter. Schon dran. Ja, da geht's Level 2. Aber wir haben... Na ja, gut. Waypoint könnte ja auch da drin sein, gell? Ja. Wie viele Orangen haben wir jetzt über den Haufen gehad? Hier drin? 2. Sicher? Ich meine, das waren 3. Der war einer, der die zerstörter gekaut hat. Ich glaub, da war nur Gelb. Okay. Wo wir beim Thema Gelb halten, ne? Was ist das? Der Schockfeest, der Foul. Der Foul unter! All of them are after me! Der Foul unter! Der Foul unter! Der Foul. Der Foul. Ist das schon wieder einer? Nein, da ist ein... Die Tür ist auf! Boah, ungute Zeit für den Leck! Uncool. Meine Fresse, was ist das für Schaden? Deiner oder meiner? Naja, den, den ich bekomme. Tja, das ist Schockschaden. Alter, das sind aber derb viele. Rauf oder runter? Äh, rauf, rauf. Rauf? Wobei, ich glaube, da geht es nicht weiter. Rauf geht es nicht weiter. Runder, Runder! Rauf geht es nicht weiter. Hier geht's ins Wasser! Wo immer! Und wir haben Heiliges Wasser als Gegner. Holy Water? Wirklich? Ja, stand dabei. Nice. So long es nicht, holy shit ist es, man. Holy shit! I need more mana. You need more mana? I give you more mana, goddammit! And the door is open. And the door is open. And the door is open. Ja. Man kennt das ja. Man kennt das ja. Ja. Man kennt das ja. Oh, wow! Oh fuck! Was ist denn das? Ich frage mich Sachen. Ich frage mich Sachen. Bullshit. Äh, kannst du mir doch mal ein Ding stellen? Alter, warum? Ich muss immer die Portals stellen und dann schimpfst du mich, wenn ich die ganzen Portals rollen, sei doch. Die kannst du haben, sei ja nichts. Kann ich dir auch mehr geben. Was in der Jutscherei? Ja, ja. Ich bin da ein Aufwandgericht. Ooohh. Das geht jetzt. Gott! Ah, ja. Kirchen ist auf, ich guck mal hier rein. Heiliges Wasser! Lachsam macht er! Lachsam, äh, lässt die Einfachkeit dieses Spiels ein bisschen nach. Mhm. Ja, was hat er denn? Heiliges Wasser hat er. Und jetzt hab ich was losgetreten. Die godness of purity, yo. Die purified Miglai! Was heißt Kha- oh, Khaast's Eisner, aber bleib weg! Oh die, oh die, 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 die... Und die beschwört's euch, Hans Wüste? Ja, die sind mir ja wurscht. Hauptsache sie ist sie. Wenn man die nämlich auf den Kopf hat, ist es ungut. Naja, das bringt auch nichts, weil wir die anderen da killen, weil die immer wieder die neuen beschwört, ne? Das ist mir durchaus klar, und da ist er, da, 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 da ist er goldener. Oh, das ist jetzt blöd. Wir sollten zur Feuer auf den goldenen konzentrieren. Auf den goldenen? Oblivion Maul? Ja. Oh, resist fire. Das liest der Dude gar nicht gern. Alter! Zuppidi portidi! Die ist voll hinter mir. Okay, jetzt ist das Oblivion Maul hier. Die, motherfucker! Wadafucker die. Die, du, jetzt ist hier. Goddammit. Der Deathbow mit vier solch einen Slots. Das ist doch super. Okay. War doch gar nicht so schlimm. Ist ja auch nie ohne, ne? Nein! Nein! Du sollst doch bauen! Hau ab! 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 Vielen Dank.